Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.750 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017